Nicht vergessen, 20.08. Ups, bisschen Bananen hab ich noch an der Lippe. 20.08. Taxa-Full-Link Alfstedt 2022. So, alle vorbeischauen. Lasst uns alle ein bisschen zusammenarbeiten, lasst uns alle ein bisschen Gas geben. Dann, glaube ich, können wir heute Abend eine geile Show abbieten. Publikum ist genug da. Die Rahmenbedingungen passen. Danke, dass ihr hier seid. Habt Spaß. Dann 3,6 Ton Supersport. Dann Streaming 4. Dann haben wir... Also, in dem Sinne, viel Spaß und viel Erfolg allen. Danke. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Und dann ist das ein Ausmaß der Kuh-Johan. Das ist ein Ausmaß, das ist ein Ausmaß. Das ist ein Ausmaß, das ist ein Ausmaß. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 WDR Ja, der Teamaufgieber in der 1. Stafel im Finale gemacht über die 1.00 Meter, der von Flutting Fürscht, es geht auf 110 Meter, er steht an der 1. Stafel, wir haben alles aufgelegt, wir haben die 1. Stafel, wir haben die 1. Stafel, wir haben die 1. Stafel, wir haben die 1. Stafel. Stafel, wir haben die 1. 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 Stafel, wir haben die Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020